Fröhliche Weihnachten! Genau, einfach mal ein bisschen was zurückgeben. Genau, und deswegen haben wir uns überlegt, ja, wir verlosen zwei Spiele. Genau, zwei Steam-Spiele nach Wunsch im Wert von bis zu 20 Euro. Genau. Genau. Und da habt ihr doppelte Chance mitzumachen, indem ihr entweder unter The Julia Twin dasselbe Video drunter geht, Kommentar schreibt, irgendwas Weihnachtsbezogenes oder unter das von mir... Genau, im Endeffekt seht ihr das Video jetzt gerade entweder bei mir oder bei MG. Ja, ist immer schwer zu sagen. Genau, und teilnehmen könnt ihr natürlich bei beiden Videos, überhaupt kein Problem. Da spielt keine Rolle, ob Abonnent oder nicht. Aber wer natürlich vorbeischaut und da teilnehmen möchte bei dem anderen unter dem Video, ja, ich bin miteinander, dann könnt ihr natürlich auch da gerne mal einen Blick vorbei werfen. Natürlich, weil vielleicht ist ja was dabei, was euch da auch interessiert, aber ist kein Must-Have. Genau, aber euch interessiert jetzt natürlich, wie könnt ihr da jetzt teilnehmen? Das haben wir doch schon gesagt. Ach so. Ja, genau. Wir nehmen, dass ihr einen weihnachtlichen Kommentar entweder unter mein Video oder unter dasselbe deiniges Video drunter schreiben. Haben wir das schon gesagt? Ja. Ja, Weihnachten verwirrt. Also Weihnachten... Ja, Stress ist pur. Stress ist immer da. Deswegen ist ja auch schön, irgendwas zu bekommen. Und das Ganze soll halt so als kleiner Ausgang sein. Das heißt, ihr bekommt dieses Geschenk natürlich nicht am 24. Dezember, sondern es ist als Ausklang gedacht am 27. Dezember. Genau, um... 15 Uhr haben wir gesagt, ist ein Senderschluss. Genau, 15 Uhr. Also jeder Kommentar, der nach 15 Uhr kommt, kann dann leider nicht mehr berücksichtigt werden. Leider, leider, leider. Und um 18 Uhr kommt dann, äh, 18.30 Uhr kommt die Auswertung. Genau. Auch wieder auf beiden Kanälen, wer da aktiver ist oder so. Genau, die Auflösung kommt auf beiden Videos, äh, auf beiden Kanälen. Auf beiden Videos. Wenn es so weitergeht, dürfen wir das gleich nochmal aufnehmen. Es ist 3, 4, 2 in der Früh, also es wird uns nachgesehen, oder? Genau, also wenn ihr dieses Video jetzt dann auf dem Kanal seht, das ist, keine Ahnung. Oh Gott. Ziemlich spontan, wieder mal, wie immer. Es ist aber ganz normal, ich denke, das zeichnet uns aus. Ja. Genau. Wie immer. Genau, also nochmal grob zusammengefasst, gewinnen könnt ihr je ein Spiel nach eurer Wahl im Wert von bis zu 20 Euro auf Steam. Und teilnehmen unter beiden Videos. Einzelne, Schluss, 15 Uhr. Und wir losen dann auf dem Kanal aus. Das Ganze selbstverständlich nach? 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 Das fällt nicht mehr ein. Zufallsprinzip, so war das. Losverfahren. Nach Losverfahren. Zufallsprinzip. Losverfahren. Lass es jetzt. Es wird nichts Zufälliges, es ist ein Losverfahren. Genau, es wird ein bisschen verplant, wie immer in unseren Videos auch gerne mal. Ja, total, total verstrahlt. Ich würde manchmal sagen, das ist sowas wie dieses Video hier, jetzt könnte man schon fast als Kanal-Trader nehmen, weil das zeigt eigentlich genau, wie wir beide ticken. Ja, so ziemlich, vorm Umtreffel, zwei in der Früh. Genau. Wir wünschen euch eine wunderschöne Weihnachtszeit. Und natürlich besinnliche Tage. Besinnliche Tage, genau, und Erholung nach diesem ganzen Stress. Und, falls wir nicht nochmal irgendein schwachsinniges Video bis dahin bringen, natürlich auch einen guten Rutsch in das neue Jahr, 2000. 14. Yay! Immer noch besser als 13. Ja, schön. Schön. Dann verabschieden wir uns, oder? Jo. Jo, wir sind verplant. Ciao. Tschüss.